Einen wunderschönen guten Tag mit mir und jetzt willkommen zu meiner neuen Folge von Squirrel with the Gun. Hier, warum ist denn das wieder zu? Wir brauchen Granaten. Also ich brauche Granaten, besser gesagt. Und die kriege ich hier unter dem Haus. Ich habe die bei der Grillparty alle schon verbraucht. Leider. Geiße. Nein, das ist nicht gut. Hier war es glaube ich. Oder doch? Ja doch, guck mal hier. Granaten. Sehr gut. Äh, äh. Wait a minute. Äh. Guck ich nicht schon wieder raus. Okay. Okay. Ja, guck mal. So. Ich muss da diese... Diese Dingens da. Gasflasche. So. In die Luft jagen. Oh ja. Ja, guck mal. Entzünde die goldene Gasflasche. So. Vielleicht ist es hier irgendwo noch so eine... goldene Eiche. Frage ist halt... Oh. Irgendwas mit... Oder ne, warte mal. Ich kann das Auto freischalten. So nehme ich. So nehme ich. Ich kann das Auto freischalten. Guten Tag, der Herr. Wo ist dieses Auto schon wieder da hinten? Ich nehme das mal mit. Für... Ja, für den Fall der Fälle. So. Hier los. Kann ich... Kann nichts machen. Okay. Weg da. Okay. Geben wir mal alles ab. Wunderbar. Ja, jetzt haben wir die Karre. Fahrer ein Auto. Sehr gut. Guck mal. Mit der entsprechenden... Mit der entsprechenden Musik. Aber was... Oh? Ein Panzer? Was macht denn jetzt ein Panzer hier? Ähm. Äh. Daddy. Ja, hallo Daddy. Dreh. Okay. Dann wir das mal alles ein. Und einsteigen. Warte mal. Was ist hier? Warte mal. So. Kann auch springen mit dem Auto. Kann nicht mal hier durch. So. Guck mal. Alter. Steuerung ist schon ein bisschen wild, ne? Alter. Ja. Bist du dich nur in eine Richtung. Ganz wenig. Geh dir gleich die... Welt unter. Ja, perfekt, Junge. Sag mal. Junge, Junge, Junge. Also die Steuerung ist echt nicht gut gemacht in dem Spiel. Äh. Hä? What the fuck? Alter. Dreht das hier? Junge, ich... Es dreht sie einfach. Äh. Bist du bescheuert oder so? Also was soll das denn? Hallo? Wie dumm ist denn die Steuerung, bitte? Jesus im Himmel. Ja, ja, ja. Komm jetzt. Was ist, wenn ich in die... Alter. Mal in die Mitte jetzt. Was soll das denn? Sag mal. Reiß sie mir langsam. Nee, so Sachen machen... So Sachen regen mich auf. Wenn... Wenn einfach die Steuerung so dämlich ist... Jetzt guck mal. Ich... Ach, mit nem Arsch. Also für den Skaterpark hier. Komm mal rein da. Ja. Was haben wir hier? Bunker des Vaters. Okay. Kann man in dem Auto fahren schießen? Ja, warum nicht? Ja, okay. Oh Gott im Himmel. Okay. Was ist denn da? Hallo? Geht's noch? Ja. Ah. Ja, Mann. Schön langsam, okay? Ja, einer hat jetzt halt... Perfekt. Ja, warum nicht? Ist das dumm. Und wieder von vorne. Super. Na, das wird ja lustig. Na, das wird ja lustig, du. Junge, die Steuerung ist wirklich absolut beschissen. Es ist halt extrem. Ich möchte sich anpassen. Deal-Option, Kameraempfindlichkeit. So. Tieren, okay. Ja, okay. Mal weiter hier. Oh, guck mal. Goldene Eichel. Sehr gut. Kann der auch überfahren. Okay. Und überfahren wir sie. Kein Problem. Oh, Jesus. Wie viele sind denn da? Oh, der ist erledigt. Was ist denn hier mit der Pumpgun? Schauen wir mal die Pumpgun hier. Ja, du hast die Schropfen enthalten. Schön und gut, aber... Okay, der knallt seine eigenen Kollegen ab. Auch gut. Aber was muss ich denn machen? Oh, ja. Konjunktion, ne? Ja. Nichts passiert. Ja, sehr gut. Oh, boy. Guck mal so, Finisher. Aber wie... Guck mal, ich habe ein bisschen Damage gemacht. Okay. Wie sie auf die Räder schießen, ist es das, was ihr von mir wollt. Komm, noch einen erledigen. Brauchende Waffe, hallo. Ja, 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 ja. Oder eine Granate geht auch. Halleluja. Yeah. Gut, das ist gut. Ich weiß, nichts passiert. Oh, boy, oh, boy, oh, boy. Okay. Okay. Kann ich, äh, ne, geht nicht. Schade. Ja, lass mich mal in Ruhe jetzt hier. Ich mach dem irgendwie kein Damage. Warum nicht? Wir sind doch die scheiß Waffe hier. Danke. Ja, 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 ja. Alter. Okay. So, ja. So, ich muss auf die Räder schießen. Okay. Gut zu wissen. Ja. Okay. Na, komm. Uuuh. Ja. Ja, gut. Ja, scheiß auf die da. Komm. Komm. Nachladen. Wir sind auch weg. Ja, schieß ruhig. Ja, du siehst mich ja auf die Empfehlung, ne? Ja. So, jetzt bleib mal stehen hier. Ja, das ist gut. Nein. Komm schon. So, jetzt muss er reparieren. Aber was mach ich denn jetzt? Ja, was soll ich machen? Bescheid ist das denn? Was soll ich machen? What the fuck? Fuck, was muss ich machen? Ich weiß es nicht. What the fuck? Ja. Ja. Repariert. Ja, also. Ja, perfekt, Junge. Was muss ich denn machen? Also, das wäre ja noch schön zu wissen. Was denn überhaupt hier das Ziel ist von der ganzen Sache. Da hat er nichts geleuchtet oder so, was ich abschießen kann. Ja, komm. Dann schon. Ja, also, ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay. Ja, ist getroffen. Ist ja schon schön und gut, aber... Perfekt. Alter. Kräff nicht. Na, komm. Okay. So. Nee, das ist es nicht gewesen. Okay. Das da noch kommt. Ja, reparieren. Aber... Ja, und... Und jetzt... Hier reicht's. Ich gucke jetzt, was ich machen muss. Das ist mir zu blöd. Also, sorry. Wenn ich nicht weiß, was ich machen muss. Ja, what the fuck am I supposed to do? Ich gucke jetzt ein Walkthrough und ich will einfach wissen, was da gemacht wurde. Ja, Werbung. Verziehe dich mit der Werbung. Ich habe einen Madblocker. Was muss ich in dem Boss-Fight machen? Was muss ich in dem Boss-Fight machen? Was muss ich in dem Boss-Fight machen? Also... Wie hat er dem da jetzt HP weggenommen? Plötzlich hatte der nur Half-Life. So. Wollen wir mal hier mit Sound. Okay. Wie macht er das? Da sind Granaten drauf auf dem Ding. Ja, okay. Wow. Okay. Wie? Wird ich denn da drauf kommen? Ja. Guck mal so. Sag mal! Was ist denn da mit dem Ding da? Ich kann doch da nicht... Das Ding da geht nicht weg. Wie mache ich das denn weg hier? Sag mal! Jetzt reicht es mir. Was muss ich machen? Soll mir das eine mal sagen? Was wollt ihr von mir? Ja, das trifft man ja super so, ne? Das ist große Kase. Ja. Na ja, hat ja super funktioniert. Junge. Also langsam... Ich bin fast tot. Hallo? Ich bin tot. Er nimmt die Waffe nicht. Was ist das denn? Ich guck das jetzt doch mal im Walkthrough. Es ist mir scheißegal. Aber wenn ihr jetzt hier Zeit verlieren, unnötig. Das ist mir sowas von scheißegal. Wie macht er den scheiß Schild da weg? Der ist bei dem automatisch schon weg. Warum? Da ist bei mir ein Schild bei der Pamp... Bei dem Dingens da. Warum? Der ist bei mir... Also... Der ist bei... Da ist bei mir ein Schild. Ja, in die Nussgebissen. Den kannst du mir mal arschlecken. Was macht er da? So, jetzt mach mal Pause hier. Ich checke es nicht. Was muss ich machen? Was wollt ihr? Der kann da die Granate nehmen... Und dann die Luke vom Daddy reinwerfen. Das kann ich nicht. Weil da ist ein Schild. Um dieses... Um das... Um das... Um die MG herum. Guck mal, der rote Schild da. Ja. Jetzt geh mal raus aus dem Auto da. Aussteigen. Ähm... Ja, ja. Ja, ja. Hier meine Scheiß-Waffe, Junge. Ja. Der Schild ist immer noch da. Wie mach ich den weg? Was ist das am Heck des Panzers? Das hier? Kann ich das kaputt machen? Komm schon. Okay. So, jetzt ist das weg. Ja, schön. Wenn jetzt ist der Schild weg, oder was? Ja, Halleluja. Müssen wir nochmal ne Runde durchziehen, hä? Können wir doch einfach hier unten bleiben. Ne, das gibt nen Elektroangriff. Scheiße. Geh weg da. Okay. Gut. Ja. Ja, lass mich. Weißt du, wenn man das wüsste, was man überhaupt machen soll. Das wäre eine verdammt große Hilfe gewesen. Da, komm. Kann ich nachhören. Scheiße, warte mal. Da. Nein, nervt dich zu drehen. Hallo. Da. Muss. Alter. Hallo. I don't get it. Da ist die Luke nicht offen. Junge, ihr nervt mich. Wirklich. Wo ist jetzt die Waffe hin? Hier. Wir nervt mich nicht. Da. Da, komm. Okay. Jetzt geht das hier wahrscheinlich wieder. Da. Da, komm. Warum fährt er jetzt davon? Hallo. 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 Jetzt ist die Scheiß-Luke offen. Okay. Ja, hallo. Vater. Ach, du heilige Scheiße. Hä? Ich brauche eine Waffe. Kollegen, ihr nervt. Das er hat ja eh nichts auszurichten hier gegen mich. Na, komm. Na, komm. So ist es brav. Nachladen. Come on. Ja. Kann er jetzt so machen? Nein, scheiße. Noch nicht. So. Ja. Ja, das geht. Na, halleluja. Wir haben endlich rausgefunden, wie die Scheiße funktioniert, ey. Wo sind jetzt die MP? Da hinten. Hier. Okay. Ja, komm. Okay. Andere Seite. Mich verarschen. Da. Ist irgendwie ihn da? Kann ich den da töten? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich bin da. Scheiße. Alter. Alter! Alter! Junge. So. Geht die scheiße MP wieder alle. Das ist so ein blöder Bossbein, wirklich. Wenigstens ist gute Musik. Guck mal ja nicht was, ne? Okay. Ja, schieß ruhig. Da ist aber Schluss hier. Yeah. Gute Nacht. Ja, wirf mich runter. Endlich ist er tode, der blöde Daddy. Der Siegervater und seinem Panzer, ja. Halleluja, du. Ja, wirf mich runter. Ja, ich bin dann. Wäh, ich bin dann. Ja, ich bin dann. Ja, guck mal, jetzt haben wir ein größeres Gebiet. So, speichern. Ja, sehr gerne, bitte. Sehr gerne, so. Dann sehen wir uns morgen wieder. Also, danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag, macht's gut, meine Lieben. Tschüss.